ich darf sie erst mal alle die schon im sozusagen virtuellen raum bei wissenschaft und praxis versammelt sind herzlich begrüßen die erste veranstaltung diesem jahr weitere werden folgen das kann ich schon mal ankündigen mein name ist andrea kardus ich moderiere unsere heutige veranstaltung die sich mit den folgen der ökologischen transformation auf umweltwirtschaft und arbeitsmarkt befasst wir haben vier kurze impulsverträge in denen diese folgen aus einer eher übergreifenden perspektive heute beleuchtet werden neben diesen fachlichen inputs freuen wir uns natürlich auf eine rege gemeinsame praktische und politische diskussion mit ihnen und uns allen dafür ist nach jedem der impulse kurz gelegenheit und dann aber insbesondere in der abschließenden plenums diskussion da sind wir sehr gespannt auf ihre beiträge wenn sie sich zu wort melden möchten dann klicken sie bitte unten in ihrer kontrollleiste auf das icon zu den reaktionen und heben sie dort virtuell die hand wer per telefon teilnehmen sollte kann das über sternchen 9 tun wir werden sie dann um ihren beitrag bitten da die mikrofone beim beitritt in die konferenz stumm geschaltet werden bitte ich sie außerdem ihr mikro selber wieder einzuschalten bevor sie ihre frage stellen bei einer teilnahme per telefon lässt sich das dann über sternchen 6 deaktivieren dass sie stumm geschaltet sind wir zeichnen die veranstaltung zwecks berichterstattung und veranstaltungs dokumentation auf der hier angezeigte live stream ist aber nicht auf unserem youtube kanal zu sehen sondern nur intern und fragen aus dem publikum werden vor der veröffentlichung des videos herausgeschnitten damit sei genug getan mit organisatorischen dingen kommen wir zu dem was uns heute alles interessiert zu den vier impulsen wir haben ja jeden tag in oder fast jeden tag oder beinahe täglich in medienfunk fernsehen bei der arbeit und überhaupt bekommen wir immer wieder mit oder sind involviert in debatten zum umwelt und klimaschutz im zentrum steht dann insbesondere was ist denn jetzt eigentlich der richtige weg um bis zum jahr 20 45 eine klimaneutralität zu erreichen wo stehen wir da heute mit welchen instrumenten können die ziele des bundes klimaschutzgesetzes bis 20 30 erreicht werden und welche maßnahmen sieht er noch mal genau der koalitionsvertrag der neuen bundesregierung vor um das angestrebte ziel zu erreichen spannende fragen und dr ralf hartern hat antworten für uns auf diese fragen er forscht am institut für angewandte ökologie kurz ökoinstitut genannt zu energie und klimaschutz und befasst sich dabei unter anderem mit nationaler wie internationaler klimapolitik und der bewertung klimapolitischer maßnahmen treibhaus gas projektionen emissionshandel und mit der bewertung von klimaschutz projekten zum mechanismus für umwelt trägliche und umweltverträgliche entwicklung hat dann sie haben das wort wir sind gespannt ja ganz herzlichen dank ich hoffe sie können jetzt schon meinen bildschirm sehen ich möchte zunächst starten mit der mit der ausgangsbasis das heißt was ist in den letzten jahren passiert und wo stehen wir klimapolitisch heute und dann so ein bisschen gucken was hat sich eigentlich die koalition vorgenommen wenn sie sich jetzt diese grafik anschauen dann sehen sie die entwicklung der treibhausgasemission in deutschland und die emissionsminderungsziele im bundes klimaschutzgesetz ksg wenn sie jetzt auf die linke seite schauen dann sehen sie von 1990 bis 2020 die treibhausgasemissionen die für diese jahre berichtet wurden differenziert nach verschiedenen sektoren das sind diese bunten farben im jahr 2020 lagen die treibhausgasemissionen um 41 prozent unter dem jahr 1990 das ziel für 2020 war tatsächlich 40 prozent das heißt aus dieser perspektive kann man sagen das erste ziel nämlich 2020 ist erreicht wenn sie dann aber bereits auf die auf den nächsten balken gucken das ist im wesentlichen der balken für 2021 hierfür gibt es auch schon erste abschätzungen im jahr 2021 also letztes jahr sind die emissionen schon wieder gestiegen im vergleich zum jahr 2020 das lag daran dass insbesondere sich letztes jahr die wirtschaft wieder etwas erholt hat nach dem einbruch im im corona jahr 2020 damit ist auch die stromerzeugung wieder angestiegen die witterung war ein bisschen kälter und es gab ein bisschen weniger stromerzeugung aus erneuerbaren energien und was wir alle jetzt auch aktuell spüren im letzten jahr waren die gaspreise besonders hoch das bedeutet dass im letzten jahr auch die kohlekraftwerke verstärkt gelaufen sind das heißt diese diese zielerreichung im corona jahr 2020 war eigentlich nur so ein einmal effekt die emissionen sind jetzt mittlerweile schon wieder höher wenn sie dann auf die rechte seite schauen dann sehen sie in diesen braunocker farbenen balken das sind die ziele des bundesklimaschutzgesetzes das heißt da müssen die treibhausgas emissionen jedes jahr weiter runter gehen so dass sie 20 30 um 65 prozent unter 1990 liegen 20 40 88 prozent und 20 45 soll dann in treibhausgas neutralität schon erreicht sein wo stehen wir jetzt wo wir tatsächlich politisch stehen das ist die schwarze linie das ist der projektionsbericht der bundesregierung wo die alle politikmaßnahmen der bundesregierung mit stand sommer 2020 modelliert wurden und wenn man diese schwarze kurve vergleicht mit den zielen mit diesen braunen balken dann sieht man dass die lücke doch relativ groß ist wenn sie jetzt oben schauen ganz oben in der grafik sieht man dass zwischen 2010 und 2019 im durchschnitt 15 millionen tonnen treibhausgase pro jahr eingespart wurden und wenn wir aber wieder auf diesen pfad kommen wollen auf diesen pfad des gesetzes dann müssten im prinzip bis 20 25 36 millionen tonnen pro jahr eingespart werden dann bis 20 30 41 millionen tonnen und dann bis 20 40 rund 30 millionen tonnen und das ist was minister habeck dann auch meinte dass wir die klimaschutz anstrengungen mehr als verdoppeln müssen im vergleich zu dem was bislang passiert ist die regierung hat 20 19 auch ein klimaschutzprogramm aufgelegt das klimaschutzprogramm 20 30 in dem insbesondere das ziel 20 30 erreicht werden sollte und wenn sie jetzt in der tabelle ganz nach rechts gucken wir haben damals die vorliegenden politikmaßnahmen modelliert und haben dann geguckt was im vergleich zum damaligen ziel damaliges ziel war nur 55 prozent minderung um zu gucken quasi in welchen sektoren knirscht es jetzt und man sieht dass insbesondere nach dem aktuellen politikstand der verkehr um 33 millionen tonnen sein ziel verfehlen würde die gebäude um 17 millionen tonnen und die energiewirtschaft also im wesentlichen stromerzeugung um 11 millionen tonnen das heißt die frage ist jetzt wie erreichen wir denn jetzt eigentlich das erste etappenziel 20 30 was welche politiken und maßnahmen müssen bis dahin jetzt erst mal umgesetzt werden dazu ist es ganz sinnvoll mal ein blick auf die klimaschutzpolitik der letzten zwei jahre zu gucken zunächst hat das bundesklimaschutzgesetz eine minderung bis 20 30 von 55 prozent vorgesehen und in der tabelle die ich jetzt gerade gezeigt habe wurde ja dargestellt dass das politik das gegenwärtige politikpaket nicht mal für diese 55 prozent reicht dann hatten wir im april letzten jahres hatten wir das urteil des bundesverfassungsgerichts wo geurteilt wurde dass die gegenwärtigen klimaschutz anstrengungen nicht ausreichen um die freiheitsrechte der künftigen generationen zu schützen darauf hat dann die bundesregierung also noch die große koalition sehr schnell reagiert und hat bereits im juni letzten jahres das bundesklimaschutzgesetz novelliert statt 55 prozent soll jetzt bis 20 30 tatsächlich sogar um 65 prozent die treibhausgas ausstöße gemindert werden dann im juli hat die eu-kommission ihr sogenanntes fit for 55 paket vorgelegt das ist ein legislativ paket mit verschiedenen maßnahmen das sieht vor dass in der gesamten eu die treibhausgas emissionen um 55 prozent bis 20 30 sinken müssen wenn die gesamte eu 55 prozent ist dann ist die daumen regel ist deutschland immer plus circa zehn prozent das heißt das neue bundesklimaschutzgesetz mit den 65 prozent deckt eigentlich diese eu-regel schon ganz gut ab nun ist es aber natürlich so ziele sind erstmal nur ziele und es sind dann aber natürlich weitere konkrete politikinstrumente notwendig um diese ziele auch zu erreichen wie wir alle wissen hat dann im november letzten jahres die ampel ihren koalitionsvertrag vorgelegt wo einiges dazu drinsteht und jetzt anfang januar hat der minister für wirtschaft und klimaschutz habeck seine eröffnungsbilanz vorgestellt und dort auch erste klimaschutzprogramm sofortprogramme angekündigt da möchte ich jetzt auf zwei folien kurzen paar bausteine zeigen darüber könnte man allein natürlich mindestens eine stunde reden ein wichtiger baustein ist zum einen der wegfall der eeg umlage mit der eeg umlage wurde die stromerzeugung aus erneuerbaren energien finanziert und das wurde auf den strompreis umgelegt das soll jetzt spätestens 2023 vermutlich schon diesen sommer wegfallen damit werden natürlich alle technologien wie beispielsweise elektroautos oder auch wärmepumpen in haushalten werden dann attraktiver weil der strom günstiger ist weil zurzeit die die brennstoff und energiepreise so hoch sind hat die regierung allerdings darauf verzichtet die co2 preise für die kleinen verbraucher als beispielsweise verkehr oder gebäude zu erhöhen das heißt diese maßnahme wurde nicht gezogen dafür ist für die industrie sind zwei wesentliche maßnahmen vorgesehen zum einen sollen die fördermittel für dekarbonisierungsinstrumente erhöht werden und zum anderen soll es degressive abschreibungen für investitionen geben sogenannte super abschreibung für klimainvestitionen das war ja damals eine idee der fdp mit diesen beiden maßnahmen können dann beispielsweise kann dann beispielsweise die verwendung von wasserstoff in der stahlindustrie gefördert werden in der energiewirtschaft also stromerzeugung sind sehr weit gereichende maßnahmen vorgesehen nämlich 2030 das heißt in bereits acht jahren sollen 80 prozent der stromerzeugung aus erneuerbaren energien kommen davon sollen allein 200 gigawatt durch solarenergie fotovoltaik erzeugt werden und 30 gigawatt durch windkraftanlagen auf see das waren im vorherigen plan nur 20 gigawatt und 100 gigawatt durch windräder an land ein weiterer wichtiger teil ist dass es eine erneuerbare wärmepflicht von 65 prozent in gebäuden geben geben soll das heißt alle neuen alle neuen kessel in gebäuden sollen mindestens 65 prozent erneuerbare wärme nutzen im bereich des verkehrs ist auch einiges vorgesehen hier soll der anteil des schienengüterverkehrs auf 25 prozent anwachsen am gesamten güterverkehr es soll 20 30 15 millionen voll elektrische pkw geben und auch der personenschienenverkehr soll verdoppelt werden und auch in der landwirtschaft gibt es zwei wichtige bereiche zum einen soll 20 30 30 prozent der fläche mit ökolandbau bewirtschaftet werden vormals waren das nur 20 prozent und zum ersten mal wird auch genannt dass es notwendig ist den tierbestand zu reduzieren um die klimaziele zu erreichen das waren jetzt nur einige der maßnahmen es gibt wie gesagt nur viele mehr aber das waren aus meiner sicht erst mal ein paar wichtige maßnahmen herzlichen dank dann kommen wir gleich zu unserem nächsten impuls vortrag von anke mönig denn mit der ökologischen transformation hin zu einer kohlenstoffarmen umweltfreundlichen wirtschaft gehen natürlich auch weitreichende folgen für den arbeitsmarkt einher mit dem wandel der wirtschaft verändern sich beispielsweise fachliche anforderungen und formale qualifikationen welche auswirkungen die bislang verabschiedeten klimaschutzmaßnahmen bis zum jahr 2025 auf die gesamtwirtschaft auf die branchen und auf berufe haben werden das wird uns anke mönig von der gesellschaft für wirtschaftliche strukturforschung kurz gws genannt jetzt in ihrem impulsvertrag aufzeigen sie ist stellvertretende bereichsleiterin der abteilung wirtschaft und soziales und befasst sich mit ihrer forschung schwerpunktmäßig mit branchenanalysen dem arbeitsmarkt und dem strukturwandel und sie ist zudem teil des kube projekts in dem das iab und das bundesinstitut für berufsbildung mit der gws zusammenarbeiten dieses projekt gibt einen langfristigen überblick über die voraussichtliche entwicklung des arbeitskräftebedarfs und des arbeitskräfte angebots nach qualifikationen und berufen liebe frau mönig sie haben das wort ja vielen dank ich werde dann teilen und auf vollbild machen genau ja vielen dank für die einführung genau also was ich in dem impuls vortrag gerne vortragen möchte sind die ergebnisse aus einer studie die wir letztes jahr im auftrag des bundesministerium für arbeitssoziales getätigt haben dass sich eben darum handelte die auswirkung der klimaschutzmaßnahmen der alten bundesregierung noch auf den arbeitsmarkt und die wirtschaft zu quantifizieren die studie ist übrigens auch zum download zu verfügen steht zur verfügung hier auf der seite ist noch der link dazu ich glaube die folien werden ja im nachgang auch ihnen bereitgestellt wer quasi näheres dazu mehr wissen möchte da ich jetzt ja nur acht minuten zeit habe was haben wir also gemacht wir haben uns die ist das klimaschutzprogramm 2030 das klimaschutz sofort programm des jahres 2022 und die aufstellung der bundesförderung energieeffizienter gebäude angeguckt die drei pakete sind quasi gegenstand dieser analyse geworden wer sie kennt weiß herr hat hat das ja auch gerade schon erwähnt eine vielzahl an maßnahmen sind dort genannt wir haben nicht alle maßnahmen in unsere analyse einbeziehen können einfach de facto wegen weil viele sehr ungenau waren noch nicht präzise genug dass wir die in unser rechenmodell mit aufnehmen konnten was wir aufgenommen haben vielleicht ein paar beispiele dazu dass die co2 bepreisung ausbau der erneuerbare energien noch mit dem zielpfad der alten bundesregierung ökolandbau andere maßnahmen konnten wir aber nicht berücksichtigen wie zum beispiel wiederfliege der moore oder so das eben für uns schwierig war tatsächlich da eine quantifizierung hinzubekommen weil eben auch der umstand wenn man viele maßnahmen hat die man analysieren möchte diese eben unterschiedlich wirken teilweise gegensätzlich wirken und diese gleichzeitigkeit in einem einfachen gedankenspiel schon nicht mehr zu bewerkstelligen ist deswegen sich üblicherweise eben rechenmodelle anbieten diese zu nutzen um den gesamteffekt beziffern zu können dafür müssen aber eben auch die maßnahmen hinreichend genug im detail vorliegen wir haben dann dieses rechenmodell in kombination mit einer szenario rechnung genutzt um tatsächlich herausarbeiten zu können was der mehrwert der klimaschutzprogramme von wirtschaft wirtschaftswachstum und der situation auf dem arbeitsmarkt geschuldet ist unser analysezeitraum war ging nur bis 20 25 natürlich sind viele maßnahmen darüber hinaus wirksam und verstärken sich auch noch über diesen zeitrahmen hinaus wir haben in diesem fall aber eben das ende 20 25 gemacht warum macht man das dient eben der vorausschauung politikberatung und eben auch denn vor allen dingen die frage eben haben wir überhaupt genügend arbeitskräfte um diesen wandel beschreiten zu können damit möchte ich eigentlich auch schon auf die ergebnisse dann überleiten was sie hier sehen ist die gesamtwirkung gesamtwirkung jetzt am beispiel des preisbereitigen bruttoinlandsprodukts hier sehen wir quasi die abweichung in prozent man sieht es wird ein wirtschaftlich einen positiven wirtschaftseffekt geben wenn jetzt diese von uns ausgewählten maßnahmen umgesetzt werden würden 20 25 würde das auf ein mehr von 0,6 prozent im bruttoinlandsprodukt herauslaufen dahinter steht natürlich unterschiedliche treiber der haupt treiber für diese entwicklung ist in den ausrüstungsbau investitionen zu sehen die besonders durch die maßnahmen ja getrieben werden einbezogen aber auch in diese entwicklung sind zweitrundeneffekte die daraus entstehen dass zusätzliche arbeitskräfte auf den markt kommen das zusätzliches einkommen generiert wird dieses wiederum ausgegeben wird und somit der kreislauf wirtschaftskreislauf weiter getrieben wird jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt zusätzliche erwerbstätige werden auch entstehen in unserer analyse werden wir 2025 knapp 130.000 mehr erwerbstätige auf dem arbeitsmarkt haben was sie hier sehen sind jetzt nur die zwölf wirtschaftsbereiche mit den größten wirkungen sie sehen auch dass es positive gibt aber eben auch negative effekte die sich aus diesen potpourri an maßnahmen ergeben sie sehen auch ganz deutlich eine starke konzentration auf das baugewerbe was eben abgeleitet ist eben durch diese starken bauinvestitionen die zu erwarten sind wenn diese maßnahmen umgesetzt werden würden es gibt aber auch andere branchen wie den landverkehr die landwirtschaft die davon profitieren es finden sich auch eben wie zum beispiel das gastgewerbe die sich eben hauptsächlich durch diese zeitrunden effekte positiv von der referenz ab sondern andere wie zum beispiel die autoindustrie ja werden leichte leicht niedrige erwerbstätigen zahlen ausweisen was eben dem umstand geschuldet ist dass hier zu änderungen in produktionsweisen auch kommen wird in der nächsten folie ist so ähnlich aufgebaut bezieht sich auf die berufe abgebildet sind die 14 berufsgruppen mit den größten wirkungen im jahr 20 25 hier sehen sie jetzt nur positive wirkung was auch dem umstand geschuldet ist dass also den berufsmixen innerhalb der branchen deswegen ist erst mal ja nur positive oder hauptsächlich positive effekte innerhalb der berufen gibt der erste blick suggeriert vielleicht auch eine weniger starke konzentration wie es jetzt auf der ebene der branchen war das ist aber auf sich dem umstand geschuldet dass die berufsgruppen im baugewerbe also viel schichtiger sind also viele berufe sind eben baunahe berufe die hier profitieren hochbau steht ganz oben aber es gibt eben auch den tiefbau und die vielen berufe in der bauinstallationsbereiche malerei aus trockenbau etc aber eben auch andere berufe wie die fahrzeugführung oder auch in den landwirtschaftlichen berufen was hier noch bislang ja unberücksichtigt blieb ist quasi die frage nach dem angebot das ist jetzt hier nicht abgebildet das ist jetzt quasi indirekt nur drin in der farblichen darstellung die roten und weiß rot schraffierten balken identifizieren diese berufe wo quasi heute schon einmal von der bundesagentur für arbeit selber fachkräfteengpässe identifiziert werden und im rahmen der fachkräftemonitoring vom bma es zukünftig rekrutierungsschwierigkeiten zu erwarten sind das ist sind also erst mal einige vor allen dingen eben auch in den baunahen berufen auch eine fahrzeugführungsbranche sage ich jetzt mal so herr hat es ja auch schon aufgenommen wir haben jetzt in dieser studie eben nur die maßnahmen pakete aus der alten bundesregierung analysiert hat jetzt aufgezeigt die neue bundesregierung im koalitionsvertrag hat viele ziele noch mal stark verschärft ob es die wasserstoffstrategie oder ausbau erneuerbare energien aber auch hochlauf der elektromobilität das sind ja deutliche zielverschärferung sage ich mal formuliert wurden wir haben dazu auch schon arbeiten gemacht ich glaube dieses papier ist noch nicht veröffentlicht aber das quasi auch zeigt dadurch führt die situation auf dem arbeitsmarkt nicht weniger brisant das heißt also für die arbeitgeberseite wird es sicherlich schwerer zukünftig sollte alles so kommen wie es geplant ist nicht einfacher die zusätzlich benötigten fachkräfte zu finden von daher ist sicherlich die frage der zukunft dann weiter in qualifikation und ausbau und ausbildung zu investieren aber auch arbeitskräftepotenziale zu zu bergen sei es jetzt in form von höherer frauen erwerbsbeteiligung oder älteren leute oder auch das thema zu wanderung ist da natürlich auch mit drin dazu haben aber jetzt nicht weiter analysiert aber das vielleicht nur perspektivisch und vielleicht auch interessant sicherlich was sie aus der praxis dazu zu sagen hätten ansonsten wäre ich jetzt fertig und habe hoffentlich meine acht minuten eingehalten vielen dank um klimaschutz geht dann geht es natürlich auch um mobilität bekanntlich ist der verkehrssektor ja einer der größten verursacher von treibhausgasen in deutschland das mobilitätssystem insgesamt da gehören ja nicht nur die autos mit dazu unterliegt daher insbesondere durch den klimaschutz einem tiefgreifenden wandel was bedeutet das jetzt wieder für wirtschaft und arbeitsmarkt wenn das bisherige mobilitätsverhalten aller beteiligten klimafreundlicher wird wir werden sich dann angebot und bedarf an arbeitskräften entwickeln welche branchen bauen beschäftigung ab welche branchen bauen aber auch beschäftigung auf und was lässt sich daraus ableiten für berufe antworten darauf gibt uns jetzt die ergebnisse einer szenarioanalyse die uns dr gerd zicker vorstellen wird vom erb darin werden auf der basis der bb erb qualifikations und berufsprojektionen da fällt wieder das stichwort qb projekt die folgen eines regime wechsels im verkehr für die wirtschaft und den arbeitsmarkt in deutschland bis zum jahr 2040 abgeschätzt gerd zicker als wissenschaftliche mitarbeiter im forschungsbereich prognosen und gesamtwirtschaftliche analysen und auch mitglied der erb arbeitsgruppe digitale und ökologische transformation was können sie uns berichten vielen dank für die einführung frau kagos wie gesagt es hat ja auch schon im ersten impuls vortrag auch gerade darauf hingewiesen dass sich der verkehrssektor noch einen großen beitrag leisten könnte zur co2-reduktion und daher haben uns die an mir angesehen und haben uns die frage gestellt was welche auswählen es aber aber geben würde wenn das bisherige mobilitätsverhalten sich ein bisschen klimafreundlicher verhalten würde als in der zukunft als in der vergangenheit wie sind wir vorgegangen wir haben letztendlich zwei szenarien gerechnet als sogenannte fremd szenario bei dem wir einfach mal die entwicklung so fortgeschrieben haben wir bisher wir verhalten sich klimafreundlicher und da haben wir ein szenario gerechnet bei dem die klimafreundlicher verhalten und haben diese beiden in relation gesetzt um die veränderungen zu planifizieren zu können die wichtigsten schwerpunkte dieses szenarios lag und darin dass wir gesagt haben dass künftig wird weitaus mehr der öffentliche nahverkehr und der fernverkehr genutzt als in der vergangenheit das heißt der individualverkehr wird reduziert beim personenverkehr dazu müssen auch einige voraussetzungen geschaffen werden das eine ist dass sie die entsprechende digital infrastruktur geschaffen wird dass smartere mobilitätskonzepte auf mich kommen um das ein bisschen noch bequemer zu machen dass die leute umsteigen werden und gleichzeitig auch haben wir dann automatisch verfahren betrieb angenommen weil eben immer mehr dann das günstwerden würde aber nicht nur beim personenverkehr sondern beim güterverkehr mehr ähnliche annahmen getroffen eben das eben weiteres mehr von der straßen verlage wird richtung güterverkehr insgesamt ist es so dass wir aber nicht angenommen hatten dass es mehr schienen gebaut werden mehr weitere strecken aufgebaut werden sondern eben dass die voraussetzungen geschaffen wird dass wir schneller taktum erreichen können dass es die bisherigen schienen besser ausgenutzt werden kann dass wir eben eine kürzere reihenfolge fahren können das sind einige investitionen notwendig und zusätzlich haben wir noch annahmen bezüglich des angriffwechsel vorgenommen also ähnlich was es im vorfeld schon war beim vorrednerin dass wir eben mehr elektro pkw haben werden aber auch mehr beim nahverkehr mehr elektro busse nutzen werden dann sind die organisationen nötig die die ladeinfrastruktur verbessern damit das auch tatsächlich nutzen kann und schließlich haben wir uns noch alternative antriebssysteme angenommen für die binnenschiffe sie können sich vorstellen wir haben eine ganze reihe von institutionen angenommen das ganze wirkt sich dann ähnlich wie bei vorrednerin eben auch dann positiv auf das wirtschaftsfraktion aus das heißt wir haben einen steigern des bruderinlandsprodukt und insgesamt würde diese steigern des bruderinlandsproduktes dann auch zu einem besseren arbeitsmarkt hier sind sie die effekte als blaue beigen dargestellt auf die zahl der werbstätigen ist der sogenannte arbeitskräfte bedarf wie der sich im vergleich dazu verändern wird sie sehen dass wir gerade anfangs ersten zehn jahren haben wir die von positiven effekt hängt auch damit zusammen dass in einer reihe von institutionen da getätigt werden viele ausschöpensionen teilweise auch bauinstitutionen danach sind diese eines schon erst einmal getätigt worden und diese impulse fallen etwas weg so dass sich der rückgang bei der positive effekt bei der weltzahl der werbzeigen dann ein bisschen rückläufig ist langfristig ist so dass aber vor allem der private konsum stärker zunehmen wird darauf weil er auch mehr kosten hat weil immer mehr öffentlich nahverkehr nutzen und das ist nämlich auch mit kosten verbunden und dementsprechend zeigt der private konsum an auch die zahl erwerbsteigen steigt wieder an bei den blauen sollen die sie hier sehen bei grünen sollen verzeihung das sind die zahl der erwerbspersonen das heißt gleichzeitig aufgrund dessen dass wir auch eine größere wirtschaftslage haben gehen wir auch davon aus dass das arbeitskräfte angebot sich steigern lässt es spricht die erwerbsbeteiligung wird zunehmen und daher sei es einige personen die sie bislang den arbeitsmarkt entzogen haben die kein interesse haben sich an den arbeitsmarkt zu beteiligen werden dann tatsächlich dann zurückkehren oder wieder neu auf dem arbeitsmarkt aufschlagen sonst ist auch das arbeitskräfte angebot steigen wird betrachten wie die branchenentwicklungen das sehen sie lieber vorher auch wieder mal wir haben beschäftigungs aufbauende branchen es gibt auch branchen die beschäftigung abbauen sondern aufbauend ist klar wenn zum landverkehr geht wenn wir sagen es geht immer mehr in den öffentlichen nahverkehr und verkehr hinein dann brauchen wir nicht darauf weil das mehr personal ist klar dann diese branche landverkehr in der verkehr verordnet ist eben dann durch den beschäftigungs zuwächse verzeichnen wird aber es sind auch wie immer einige bauten notwendig so dass das baugewerbe auch steigen wird die lagerei hängt damit zusammen dass wir eben auch die digitalen infrastruktur verbessern wollen wenn wir die verbessern wollen dann machen wir dementsprechend da auch eine beschäftigung mehr arbeitskräfte und schließlich in der architektur auch wie das zusammenbaugewerbe also sie sind einsachen seien die ganze veränderung die positiven effekte bei auf der branche ebene betrachten wir die branche die abbauen da ist es vor allem zum einen die herstellung von kraftwerken müssen ganz unten sehen sie sie werden die viele arbeitsplätze abbauen das hängt einfach wie auch gerade in den leuten von von mönig damit zusammen wieder umstellung auf die elektrofahrzeuge und aber auch dadurch dass sehr viel weniger teile sind noch der verbrennungs der elektromotor weniger komplexe verbrennungsmotor auch kein die drübe fanden sein muss der gleiche sind es auch weniger revertur anfällig elektrofahrzeuge weshalb davon ausgehen dass auch die revertur leistungen zurückgehen dass der weniger stark nachgefragt wird dementsprechend erwarten wir da auch einen verlust an arbeitsplätzen bei der öffentlichen verwaltung sind es dann mehr darauf dass wir mehr digitalisieren dass da auch personal freigesetzt werden kann und beim gastgewerbe und unternehmend sich letztlich ganz stark mit arbeitgewerbe immer zusammen wenn die in der gericht betroffen sind auf das umnehmendienstleister der gericht betroffen und schließlich und gastgewerbe ist es sind dann mehr zweitrundeneffekte drittrundeneffekte geht es einfach darum wenn die person in der privaten hausseite verstärkt mehr gelder ausgeben müssen oder werden anspruchszeichen führen öffentlichen nahverkehr dann haben sie da einfach etwas weniger mittel übrig für das gastgewerbe und aus diesem grund wird da das rückwärts sein gleichzeitig habe ich leider keine folie vorbereitet für berufe aber es ist nicht klar so wenn das baugewerbe steigt oder wenn landverkehr steigt diese berufe die die diesen branchen üblicherweise vor ort sind auch verstärkt nachgefragt werden dementsprechend auch die dienstleistung begleichen und umgekehrt natürlich sind die berufe die üblicherweise dann bei der herstellung von kraftwerken kraftwerken teile verordnet werden dass hier weniger stark nachgefragt werden eine ausnahme auf berufliche ebene gibt es natürlich noch und zwar der die berufe die die fahrzeug die fahrzeugsteuerungsberufe darf dass wir automatisch diesen fahrbetrieb angenommen haben brauchen wir sehr viel mehr weniger personen die auch die fahrzeuge steuern spricht dieser beruf ist nämlich negativ betroffen transport fahrzeug führer heißt es genau fahrzeug führer die werden dann künftig weniger insgesamt steckt also wenn man so eine umwandlung beim mobilitätskonzept verfolgen würde es die personen weitaus thema freundlich sind verhalten konnte wird der strukturwandel etwas mehr beschleunigt ich habe auch ausgeführt dass es neue arbeitsplätze entstehen aber auch dass alle arbeitsplätze wegfallen und es soll hier diese schaubild noch mal verdeutlichen zu jeweiligen zeitpunkte aus welcher neu entstanden sind und wir für arbeitsplätze weggefallen sind und es ist ja diese problematik was ich ja auch in einer frage aufgekommen ist zum einen dass nicht die qualifizierung oder anforderungen bei berufen die wegfragen allgemein nicht dementsprechend die neu nachgefragt werden was eine herausforderung ist dass man dann wer weiterbildung machen muss man qualifizierung machen muss lebenslern auch wirklich weiter fördern muss zum anderen und da kommt auch die räumlichen komponenten spiel sind die tatsächlich so dass die plätze nicht immer da neu entstehen wo sie weggefallen sind sondern dass es auch räumliche unterschiede gibt das jetzt gerade anfang des jahres von uns auch ein erb forschungsbericht erschienen wo gerade dieses szenario noch mal auf räumliche ebene untersucht worden ist was ich leider ist auch keine folie vorbereitet habe ich kann ihnen sagen es ist tatsächlich so dass diese arbeitsmarktregionen in der heißt die automobilindustrie auch die stark vertreten ist tatsächlich auch die region sind am nächsten negativ betroffen sind also das ist ja den hannover herum leipzig herum oder regensburg herum diese arbeitsmarktregionen die sind dann eben negativ betroffen positive effekte bei den auf der arbeitsmarktregion ebene sind dann weil diese großen ballungsräume großartig muss sehr viel bevölkerung wo viel nahverkehr ist weil die das natürlich jetzt davon profitieren aber auch die regionen die schwerpunkte in ikat branchen haben aufgrund der unterstellten digitalisierung oder schaffung von digitalen infrastruktur sind es dann brauchen die dadurch auch dann relativ gewinnen das war mein kurzer impuls vortrag ich danke ihnen vielmals wenn sie daten abrufen wollen die sind dann die ww schupe mir das data zu finden ich danke ihnen ja herzlichen dank auch ihnen der zika der energiewende hat deutschland ja eine grundlegende umstellung der energieversorgung sich zum ziel gesetzt weg von atomkraft und kohle hin zu regenerativen energien die kohl die sogenannte kohlekommission hatte ja 2019 empfohlen bis spätestens 2038 aus der kohle verstummung aufzusteigen die neue bundesregierung möchte den kohleausstieg möglichst auf 20 30 vorziehen das wird nicht überall mit großer begeisterung gesehen sondern auch mit als schwer umsetzbar und mit sorge betrachtet in den betroffenen bundesländern und regionen was der verlust eines kohlejobs kostet was dabei die kostentreiber sind wer am stärksten von jobverlust betroffen ist und welche zusätzlichen kosten auf die beschäftigten zukommen würden wenn dieser vorgezogene kohleausstieg gelingt das wird uns jetzt dr markus janser vom forschungsbereich regionale arbeitsmärkte am erb erläutern er hat sich mit den wohlfahrtskosten wir sehen schon die folie des vorgezogenen braunkohleausstiegs beschäftigt und ist ebenfalls wie gazika mitglied der arbeitsgruppe digitale und ökologische transformation forscht unter anderem zu arbeitsmarkteffekten von umwelt und klimapolitik und den regionalen auswirkungen der ökologischen transformation die sich hier ja deutlich sichtbar machen der janser wir sind gespannt ja vielen dank schönen guten nachmittag auch von mir an die runde vielen dank frau kagos für die einführung und ich freue mich dass ich jetzt in den nächsten acht minuten unsere erkenntnisse zum thema wohlfahrtskosten des braunkohleausstiegs näher bringen darf ich steige auch gleich ein und zwar möchte ich gerne beginnen so mit einem kurzen blick zurück wie sich denn der strukturwandel in der kohle bislang gestaltet hat gibt es ja eine lange geschichte in der bundesrepublik und die abbildung die ich ihnen hier zeige zeigt eben die beschäftigungsentwicklung im kohlenbergbau von 1950 bis heute und das sieht man ganz schön also bei den beiden kohle arten also diese rot braune linie zeigt die beschäftigung in der braunkohle und die schwarze linie die beschäftigung in der steinkohle das eben da ich der großteil des strukturwandels bereits im letzten jahrhundert stattgefunden hat das war natürlich hauptsächlich wirtschaftliche gründe die zu diesen fraktionen geführt haben beginnend mit den 50er jahren war die steinkohle krise und dieses zechensterben ganz stark während bei der braunkohle vor allem dann nach dem fall der mauer in den 90er jahren ein starker rückgang bei den beschäftigten zu verzeichnen war während daneben dass sich stabilisiert hat auf niedrigem niveau dann in den 2000er jahren da möchte ich jetzt kurz noch mal rein so wenn sozusagen und mich jetzt auf die braunkohle konzentrieren bei den folgenden folgen beschäftigen sich jetzt auch mit der braunkohle steinkohle ist eben jetzt auch ja in 2018 die förderung dann ganz eingestellt worden während bei der braunkohle das thema jetzt eben noch aktuell der abbau weiter läuft wie wir heute schon gehört haben aktueller stand ist noch 20 38 aber in dem koalitionsvertrag der neuen bundesregierung ist eben idealerweise 20 30 als ausstiegsdatum jetzt neu benannt worden und zum stand jetzt ist es wohl in der beschäftigung der braunkohle das eben da ungefähr 8000 beschäftigte im engeren sinne noch in der braunkohle tätig sind im braunkohle bergbau und man kann dann ungefähr noch davon ausgehen dass circa 2000 beschäftigten so kohlenahen dienstleistungen aktiv sind deswegen gehen wir so von ungefähr 10.000 beschäftigten aus die noch in dem braunkohle bereich eine braunkohle bergbau tätig sind und genau mit diesen personen haben wir uns auch beschäftigt ein projekt und zwar war das von zwei kollegen von mir aus dem mercato institute for climate change global commons in berlin luke heywood nikolaus koch und ich hatten uns angeschaut auf der basis der sozialversicherungsdaten der bundesagentur für arbeit die erwerbsbiografien also alle daten die wir hatten von den beschäftigten die jemals in der braunkohle mehr als ein halbes jahr tätig waren also ab 1975 beginnend bis zum aktuellen rand und haben da uns angeschaut wie die erwerbsverläufe waren und insbesondere hat uns das auch interessiert bei den personen die dann schon den wechsel in der andere branche auch hinbekommen hatten und haben uns daneben aber auch angeschaut welche beschäftigten sind denn jetzt noch diese besagten ungefähr 10.000 welche charakteristike haben die und welche chancen haben die denn auf dem arbeitsmarkt und was uns da besonders interessiert hat war die frage was kostet denn so ein coole job eigentlich oder was bedeutet das für die beschäftigten auf individueller ebene wenn sie ihren job verlieren beziehungsweise einen neuen beginnen und wir haben herausgefunden das ist in den zwei papieren die ich dann auch hinten im literaturverzeichnis nochmal anfüge also wir kommen auf individuelle wohlfahrtskosten pro person in höhe von 155.000 euro und wenn man das dann eben für alle hochrechnet die noch in der braunkohle sind bis 2038 kommen wir insgesamt auf individuelle wohlfahrtskosten von 1,45 milliarden euro und was versteckt sich in dieser relativ abstrakten summe also die hauptsächlichen kostentreiber sind nicht wie man vielleicht annehmen möchte die arbeitslosigkeit an sich die die zeiten der arbeitslosigkeit sind nämlich da ist recht gering und machen auch nur drei prozent zur kosten aus das was den den schwerpunkt ausmacht was so eine person dann eigentlich an verlust hat im laufe ihres erwerbslebens sind diese niedrigeren löhne denn die besonderheit ist eben dass die kohle eine branche ist die eben überdurchschnittlich hohe löhne zahlt zahlen konnte und eigentlich in allen branchen in die die beschäftigten nachher wechseln zahlen deutlich weniger im durchschnitt sind 27 prozent weniger und das macht natürlich über das erwerbsleben eine ganz schöne minderung des gesamterwerbseinkommens aus und zusätzlich kommt dann noch dass in der regel in den branchen eine höhere jobunsicherheit herrscht in die sie wechseln weil kohle auch bislang eine relativ sichere branche war also hohe jobsicherheit vorgeherrscht hat und bei den anderen branchen gibt es immer wieder auch das risiko den job zu verlieren oder dann sich nach dem neuen job umschauen zu müssen das kann man eben auch monetär ausdrücken und das ist sozusagen auch noch mal auf die kosten drauf gekommen wer ist am stärksten oder welche gruppe ist am stärksten vom job verlust betroffen wir haben uns da die unterschiedlichen gruppen angesehen altersgruppen und gleichzeitig auch bildungslevel also bildungs qualifikationsniveaus die die personen haben und auch in welchen regionen die personen tätig sind mit einer hohen oder eher niedrigen arbeitslosigkeit und wir finden da dass die beschäftigten mittleren alters mit einer hohen ausbildung am meisten verlieren das ist also hier zum beispiel der balken in orange und die gruppe der der hochqualifizierten die haben dann besonders hohen kosten im mittleren alter und das liegt eben daran dass diese personen mit der arbeitserfahrung die sie bislang haben sehr viel mehr verdienten der kohleindustrie als sie verdienen können in der anderen branche und eben dadurch dass sie noch verhältnismäßig jung sind haben sie auch noch viele jahre zu arbeiten danach und deswegen summiert sich da eben dann der die belastung noch weiter auf welche zusätzlichen wohlfahrts kosten entstehen durch einen vorgezogenen kohleausstieg das kann man auch beziffern und zwar wenn man davon ausgeht dass diese acht jahre früher der ausstieg stattfindet kommen wir auf eine individuelle mehrbelastung von für alle beschäftigten von 740 millionen euro und das liegt daran insbesondere dass eben zwischen 20 30 und 20 38 ungefähr 1500 beschäftigte eigentlich regulär in rente gehen würden und diese personen sind jetzt aber auch zusätzlich von dem ausstieg betroffen also die haben entweder auch höhere kosten durch diesen branchenwechsel wie gerade beschrieben oder sie sind auch für für verwendung dann gegeben falls auch also kommt diese personenkreis kommt für für verwendung in frage dann würde das anpassungsgeld greifen und das führt dann eben auch wieder zu höheren kosten ja apropos anpassungsgeld wir haben uns auch noch angeschaut welche instrumente können denn die beschäftigten bei der transformation unterstützen da diskutieren wir zwei unterschiedliche instrumente das eine ist schon beschlossen im kohleausstiegsgesetz das ist das anpassungsgeld das ist kann man sich vorstellen wie ein beitrag der dazu dienen soll dass ein sozialverträglicher übergang in die frührente möglich ist für beschäftigte über 58 jahren also der ermöglichten abschlagsfreien eintritt in die rente für diesen personenkreis ist wie wir dann auch eben in dem papier von uns noch mal ausführen ziemlich teuer für den start aus unserer sicht weil man sieht in unseren daten dass das bislang eigentlich auch schon betriebliche praxis war in den unternehmen und also diese firmenmäßige frühverrentung und jetzt ist es eben so dass das der staat trägt und bislang haben großteil dieser kosten die firmen selbst getragen und da sehen wir halt so gewisse mitnahmeeffekte die aber den beschäftigten erstmal nicht bei der transformation helfen es ist einfach nur teuer und es ist eben anders als auch nur für die beschäftigten über 58 und wird sozusagen jetzt nicht diese gruppe der mittleren die ich vorhin vorgestellt hatte die eigentlich die höchsten verluste haben also mit dem die altersgruppe in der mittleren altersklasse entsprechend gibt es dann da auch eben wenig anreize weiter zu arbeiten weil das attraktiver ist dann früher hin zu gehen was wiederum schade ist für die betroffenen regionen denn diese kohle regionen häufig auch schon von fachkräfte engpässen geprägt und da wäre es eigentlich auch eine super chance dass eben diese beschäftigten in dem arbeitsmarkt noch mal in einer anderen branche fuß fassen können um das zu vereinfachen oder zu fördern schlagen wir als alternatives oder zusätzliches instrument die entgeltsicherung vor die idee war dass sogar fünf jahre zum beispiel dieser gehaltsunterschied von dem bislang hohen kohle job zu dem anderen job in einer anderen branche also diese gehalts differenz gezahlt wird also staatlich finanziert wird und dadurch der beschäftigte die beschäftigte ein gleiches gehalt auch bei dem jobwechsel erhält hätte den vorteil dass ein anreiz da ist relativ schnell die branche auch zu wechseln und ist auch umsetzbar ist ein ähnliches modell hat die bundesagentur für arbeit auch schon mal für ältere arbeitslose organisiert und auch zum beispiel so ein fokus auf bestimmte zielgruppen oder altersgruppen wäre auch gut möglich das ganze möchte ich abschließen noch mal mit einer visualisierung als wir haben das auch hochgerechnet und das noch mal zu verstärken was die entgeltsicherung der transformation bringen könnte in der linken grafik sehen sie so die gesamten wohlfahrtskosten noch mal ohne entgeltsicherung in dem geschilderten modell also mit dem anpassungsgeld wäre das eben deutlich höher an kosten mit der entgeltsicherung wie gesagt können bis zu 90 prozent gespart werden und die gleichzeitig jetzt auch den vorteil dass die anzahl der kohle beschäftigten also früher die transformation andere branchen schaffen könnten hier ist auch eben ohne entgeltsicherung deutlich langsamer die transformation mit entgeltsicherung hätten die personen einfachen höheren anreiz relativ zeitnah die branche zu wechseln und können stünden so auch dem arbeitsmarkt in anderen segmenten zur verfügung vielen dank für die aufmerksamkeit wunderbar vielen dank herr janser ich danke unserer referentinnen und unseren drei referenten für ihre einblicke und erkenntnisse zu den folgen der ökologischen transformation die forschungsarbeit geht weiter und natürlich danke ich allen zuhörern und zuhörern für ihr interesse an der heutigen veranstaltung würde mich freuen wenn sie beim nächsten mal wieder mit dabei sein würden wünsche ihnen jetzt noch einen schönen nachmittag und abend hoffentlich ohne sturm schäden kommen sie gut wenn sie irgendwo noch eine fahrt vor sich haben nach hause passen sie gut auf sich auf und wir hören uns hoffentlich dann im frühjahr wieder wenn es wieder heißt wissenschaft trifft praxis im virtuellen raum ist dahin alles gute und eine schöne zeit für sie alle wiedersehen wiedersehen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.